einer amerikanischen Seifenfirma. Auf ihren Verpackungen war eine Einfachkarosserie zum Aussägen gedruckt. Bremse, Lenkung und Räder wurden gleich mitgeliefert. Amerikanische Soldaten hatten die in den USA seit Jahren beliebten Bausatzfahrzeuge nach Deutschland gebracht und zu einem Teil ihres politischen Demokratisierungsprogramms gemacht. Organisierte Rennen sollten nicht nur Publikumsmagneten werden, sondern deutschen Jugendlichen sowohl ein produktives Hobby als auch politische Orientierung bieten. Zugleich werden die Heranwachsenden an die Konsumikone ihrer Zeit herangeführt, das Automobil. Sponsor der Seifenkistenrennen ist die Adam Opel AG, hundertprozentige Tochter von General Motors. Siegerehrung der drei Schnellsten mit Goldkranz und anschließender Ehrenrunde, in einem echten Straßenkreuzer. Nach dem Sonntagsgottesdienst strömt die Bevölkerung des bayerischen Marktfleckens Rennerzhofen aus der Pfarrkirche.